BUDO 1 BUDO 1, hier ist Zeus. Stargazer-Agenten wurden in einem Fischerdorf an der Küste gesichtet. Beginnt eure Suche nach der Überwachungseinrichtung dort. Sucht in der Umgebung nach Hinweisen über den Standort der Einrichtung. Alle Feinde neutralisiert. Mit der Scheiße! Da drüben ist jemand! Ich bin festgemergelt! Ach, cool, man! Ich bin festgemergelt! Ich bin festgemergelt! Aber sieg zu attacken! Ach, fuck! Ach, mach! Ach, mach! Ach, mach! Ach, mach! Ach, mach! Falschkontakt! Ach, mach! Ach, ach! Ich glaube, das war's alle! Fuck! Findet das Terminal und schickt mir darüber die Infos. Wie kommt los denn hier? Wie kommt los? Das sollte klappen. Starte den Upload. Sehr gut Voodoo 1. Upload läuft. Bist du zuerst? Waren Sie es? Sie sind nicht so gut! Achtung! Los Alarm aus! Los Alarm aus! Wir sind nicht so gut, aber wir sind es nicht so gut. Ich will so nicht draufgehen. Budo 1, hier ist Zeus. Begebt euch zu folgenden Koordinaten und wartet dann auf weitere Befehle. Geht drüben, Leute! Geht drüben! Geht drüben, Leute! 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 saubere bandagen hier lokalisiert ein terminal und schickt das bild an alle lager hier schulde wir was ich lasse ich hier nicht wir haben keine ich blute Nein, komm herr! Habt ihr wen verloren? Reiß euch zusammen, Voodoo! Da ist er!